Besuchen Sie unseren Bereich Digital Signage and DOOH und Sie werden die Vielfalt der ausgestellten Displaylösungen bemerken. Doch bei Digital Signage geht es um mehr als nur um Bildschirme. Es geht um die Strukturierung und Bereitstellung von Inhalten im Rahmen der Customer Journey. Und diese Inhalte können sich an das Kundenverhalten anpassen, da Digital Signage für den effizienten Betrieb von immer mehr Unternehmen von entscheidender Bedeutung ist, wird dieser Bereich immer wichtiger. Auf der Integrated Systems Europe finden Sie alle Bausteine für Digital Signage Systeme. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst.